Ja, liebe Frohwies-Freunde, was läuft heute bei uns? Ich bin die Wiese am Ecken. Wir haben Montag, den 10. März. Wieder einmal, oder wie schon die letzten paar Tage, herrlicher Sonnenschein. Und deshalb nutze ich jetzt diese Zeit, um die Wiese mit unserer alten Ringecke abzuschleppen. Es geht auch vor allem darum, diese Maushaufen einzuebenen, die wir hier sehen. Und es geht auch darum, das alte Verwachsene vom letzten Herbst, Maushaufen, aufzurupfen und einzuebenen. Es ist dieses Jahr bei weitem nicht so schlimm mit den Mäusen wie auch schon. Ich führe das darauf zurück, dass wir nicht sehr viel Schnee hatten und die Mäuse sich nicht so gut unter dem Schnee holmieren konnten. Nachher werde ich dort noch diese Mäus-Haufen vereben, hier noch fertig machen. Es ist ideal, der Boden ist schön abgetrocknet, die Erde ist trocken. Und hier sehen wir unser altes Gerät. Der wichtigste Teil ist eigentlich das hier vorne. Die Planierschiene. Damit werden die Haufen zerrissen. Zerrissen und mit den Ringen nachher eingeeben. Also, auf geht's. Zerrissen und mit den Ringen nachher raus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020